grüßt euch meine lieben youtube freunde wie ihr sehen könnt bin ich draußen in der natur mache gerade eine schöne fahrrad tour jetzt mal ein bisschen bordzeit bis 17 kilometer habe ich hinter mir zähne noch ungefähr dann bin ich wieder zu hause ein bisschen müßlich und so habe ich meinen tag auch wieder dann schön herumgebracht entschuldigung aber am anfang habe ich mir gedacht heute geht es nicht raus gestern bin ich gelaufen drei kilometer da haben wir gedacht nicht raus wetter passt nicht so und auf einmal war die sonne da aber jetzt hat es wieder zu gezogen aber es kommt immer wieder kommt immer wieder die sonne zwischendurch raus und dann konnte mir nichts mehr halten da muss der ausgehen da muss die heraus werdet es der herrte gar nichts und das ist ja holung pur manche vor allem im fahrrad und manchmal mache ich meine iso touren immer dagegen maschinen der iso entlang ja und wie gesagt jetzt wird zeit machen schön apfel dann gehe ich dann da runter entlang also schöner weg sind lauter bäume links und rechts dann haben wir wieder gemütlich nach hause ich hoffe das video durch die fall bis zum nächsten neuer halbwert 40 haupten china tocke gezeigt